Herzlich Willkommen beim Video-Rückblick zur Personaltagung 2018. Statements des zweiten Veranstaltungstages. Was macht diese Veranstaltung aus? Für mich ist das Besondere, dass hier eine Möglichkeit geschaffen wird, dass Mitarbeiter aus SDWorks ihre eigenen Kollegen treffen können. Und das Allerwichtigste ist aber der Kontakt und die Kommunikation mit unseren Kunden natürlich. Seit über 25 Jahren laden Sie Ihre Kunden zu den Personaltagungen ein. Wie gelingt es SDWorks, dieses Format beizubehalten? Ich denke, dass wir jedes Jahr und monatlich mehr oder weniger auch immer neue Herausforderungen haben im Personalmanagement und auch in der Software, um die weiterzuentwickeln. Und das ist jedes Jahr die neue Herausforderung, die Neuigkeiten den Kunden nahezubringen. Stichwort Digitalisierung und Online-Workshops. Was spricht auch zukünftig für diese Tagungen? Das Besondere ist halt auch immer die Neuigkeiten darzustellen. Und das ist, denke ich, für jeden Kunden besonders wichtig, hier auf dem Laufenden zu bleiben und unsere neuen Angebote eben wahrzunehmen. Was macht diese Veranstaltung aus? Für mich den direkten Kontakt zu den Kunden zu haben, das Feedback direkt zu bekommen. Und es ist einfach besser als nur am Telefon. Dass man sich gezielt informieren kann, nicht nur darüber, welche Produkte SDWorks entwickelt, was die Trends sind, die wir aufnehmen und umsetzen für unsere Kunden, sondern natürlich auch allgemeine Personalthemen, die hier auf den Tisch kommen und zum Beispiel durch unsere Redner mit abgedeckt werden. Also für mich ist es eine Veranstaltung, um Kontakte zu knüpfen, um ProTime bekannt zu machen in Deutschland und mit bestehenden Kontakten im Prinzip oder bestehenden Kunden auch das Portfolio erweitern zu können, dass sie halt sehen, was SDWorks noch leisten kann. Damit unsere Kunden auch sehen können, dass es ein großes Bild gibt von SDWorks, dass es eben nicht nur ein Kunde ist, sondern dass es ganz viele Kunden sind, die auf SDWorks vertrauen, auf die Programme oder auf die Systeme vertrauen, die SDWorks zur Verfügung stellt. Was spricht auch in Zukunft dafür, diese Tagungen stattfinden zu lassen? Also da die Digitalisierung im HR-Management sich unglaublich breit macht, ist es, glaube ich, extrem wichtig, darauf zu setzen, gerade auch hier mit ProTime beispielsweise. Wir haben eine komplette SaaS-Lösung, also Software as a Service und wir sind schon komplett digitalisiert. Insofern ist es wichtig, dass unsere Kunden auch wissen, dass wir schon längst da sind, wo die hin möchten. Dankeschön. SDWorks. Leidenschaft und ergebnisorientierte Innovation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Integrität. Heute und für die Zukunft. Caridio Image und Eventfilm Produktion